Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück in Schweden zum Krieg gegen die Maschinen. Terminator à la Schwedisch. Wir sind hier immer noch am Bergeshügel und wollen eigentlich hier oben mal nach dem Rechten schauen. Denn ich vermute hier oben ist wieder eine kleine Sache. Kleines Gebäude oder irgendwas und natürlich ein paar Maschinen denke ich. Dann werden wir uns hier runter begeben und hier den Strand bisschen früher zur Brücke machen. Und das wird es sein wie es ist. So, wir haben immer noch dieselbe Ausstattung. Wir sind immer noch überladen und können nicht rennen. Und dann muss es zur Not eben... Aha, ein Lager. Dann muss es zur Not eben die Maschinenpistole bringen, falls es hart auf hart geht. Ah ja, hier vorne. Schauen wir mal. Es gibt hier eine Waffe zu finden. Ja, wie gesagt, ich finde nicht alle Waffen, ihr habt es gemerkt. In dem einen hatte ich da auch eine Waffe, aber die habe ich nicht gefunden. Okay. Ich wechsle mal. Irgendwas zischt hier. Das ist der hier, der Kamerad. Ja, war ein kleines Lager hier. Da haben wir die Waffe. Oh, Nitz Zweier. Ich glaube, da haben wir schon eine davon. Ja, ich vermute mal, hier werden vielleicht ein paar Ticks zurückgeblieben sein. Wir werden es herausfinden. Und bis dahin, looten wir hier einfach mal weiter. Ah, hier. Das hat man gar nicht gesehen. Oh, was hat denn der? Der hat doch gerade eine schöne Maschinenpistole gehabt. Russischer Bauart. Jawohl. Mhm. Mhm. Ja. Schönes Ding. Schönes Ding. Wenn der mich hier wieder raus lässt, wäre das auch nicht schlecht. Oh, nee, wir sind überladen. Es ist der Hammer. Oh, wow. Oh, wow. Nein, tu mir doch das nicht an. Ja, wir hätten auch mal im Bunker entladen gehen können. Das wäre eine Option gewesen. Aber wie gesagt, ich habe ja gesagt, wir werden das machen. Irgendwann mal, wenn, äh, wenn ihr nicht dabei seid, werde ich das mal offscreen erledigen. Ich glaube, das ist eine gute, gute Sache. So, ich lege die mal alle ab. Äh, von denen halte ich gar nichts, von diesen Gas-Tanks. Ja, erweitertes. Oh, nee, 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 halt, 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 halt. Äh, das will ich schon gesichert wissen. Aber auf der anderen Seite, ich brauche es eigentlich gar nicht. Ähm, Munition lege ich nicht ab. Auf keinen Fall. Das wäre zweckmäßig, das abzulegen. Man bräuchte irgendwie ein Fahrzeug, wo man das, äh, reintun kann. Die AK ist eigentlich auch zu schade zum Ablegen, ne? Ja, wir haben drei Punkte. Den zweiten habe ich schon vergessen, wo das war. Ich glaube, von der, ähm, Dings. Aber wo war das? Weiß ich nicht mehr. Muss ich mir vielleicht nochmal angucken, wo ich das abgelegt habe. Okay. Sehr schön. Jetzt geht's wieder. Okay. Ui, sehr gut. Aber es wäre schön, wenn man mehr als eine findet. Das wäre... ...echt klasse. So, wir schauen nochmal hier ringsrum. Ja, okay. Also das Camp. Ja. Vier. Fünf. Wow. Zehn. Dreizehn. Wäre doch etliche Kilos. Wow. Hätte ich nicht gedacht. Auf alle Fälle sind wir jetzt wieder leichter. Und wir ziehen weiter. Und zwar machen wir jetzt hier rüber in die Richtung. Und, ähm, vieles ist ja manchmal auch auf der Karte nicht verzeichnet. Da stößt man einfach mal auf, zum Beispiel, ein Flugzeugfrack oder sowas. Eine abgeschossene Wicken oder so. Von Saab. Und, ähm, Ja, dann hat man ein kleines Feuergefecht dort. Sammelt wieder ein bisschen Erfahrung. Munition, etc. Apropos Erfahrung. Haben wir einen Punkt. Wir haben doch einen, genau. Äh. Ne, das will ich nicht. Bin in das. Dann kann man nämlich bald zur Tragekapazität. Das ist ja auch was wert. So, genau. Und hier unten ist jetzt, äh, Ja. Was ist das? Okay. Dann machen wir hier weiter. Wir sind ziemlich schnell. Ich glaube, das hat sich gerade schon ausgezahlt. Ich muss mal ganz kurz gucken. Fertigkeiten. Was hat man? Lauftempo, ne? 15% schneller. Ich glaube, das merkt man schon. Oh, oh. Seht ihr? Das ist das, was ich meine, ne? Ist nicht auf der Karte. Und lässt uns vielleicht trotzdem was Schönes finden. Deswegen mache ich das ganz gerne. Hier war irgendwas. 10 Holz. Na gut. Äh. Wir können doch mal schauen, was das an Gewicht ist. Würde mich mal interessieren. 400 Gramm. Okay. Oh. Hier sitzt der Kollege. Die Kollegen. Aha. Sehr großzügiges Geschenk. Vielen Dank. Wow. Das ist das hier, was wir hier sehen. Okay. Den Bootsanleger. Sehr gut. Okay. Dann geht es weiter. Ja, ist jetzt die Frage. Da ich hier keine Feinde sehe, entweder sind sie in der Nacht der Nebelaktion erschossen worden oder haben sie sich selber gerüchtet. Eine Waffe habe ich nicht gesehen. Oder die haben sich vergiftet oder irgendwas. Keine Ahnung. Ich gehe davon aus, sie sind überrascht worden und dann haben die sich oben das Lager vorgeknüpft. Wie auch immer. Wieso? Schauen wir mal hier durch. Ich sehe nichts. So. Das ist immer so hier baumelt. Ich gehe mal hier vorne gucken, ob wir was in dem Boden finden. Dann gehen wir davon aus, das ist von den, die wir gekämmt haben. Ah, die haben sich ein bisschen. Ah. Da kann man sogar schwimmen. Okay. Und dann sind sie wahrscheinlich überrascht worden. Wie auch immer. Ah, hier drüben ist auch ein Zelt. Das ist eine kleine Hütte oder irgendwas. Das könnte durchaus eine Maschine sein oder ein Fahrzeug. Hier schauen wir auf die Karte. Das ist nämlich die Brücke. Das ist jetzt das, was wir gesehen haben. Da kommen wir dann später noch hin. So. Ich würde sagen, wir ziehen weiter. Unser Weg. Jawohl. Geht hier an der Küste entlang. Wie wäre es eigentlich lieb, da oben lieber auf dem Cliff lang zu gehen, als hier unten. Aber momentan sieht sie also sogar nicht hochkommen. Ja. Mal sehen, vielleicht hier vorne geht es wieder etwas höher. So. Wie gesagt, ich habe es die letzten zwei Folgen schon gefragt. Dadurch, dass es jetzt vorproduziert ist, frage ich einfach nochmal. Solltet ihr mir schon geantwortet haben, logischerweise hat sich das erledigt. Wollt ihr in Zukunft, dass ich nur noch bei Tag agiere oder ist das für euch hier nachts annehmbar und nicht zu dunkel? Ich finde, es blendet ein bisschen. Ist vielleicht hier nicht so. Ihr seht natürlich mehr. Aber ich finde, es blendet. Was wir natürlich mal machen können, wir könnten mal hier in die Ebene schauen. Und dann mache ich aber das mal aus. Und ich hoffe, wir pullen hier keinen Feind jetzt, wenn wir das machen. Mich würde es schon mal interessieren, wenn wir hier reingucken. Ach, eine Funkanlage wieder. Aha. Die haben aber ziemlich viele Funkanlagen. Ist nur die Frage, wo haben sie die her? Wer hat die aufgebaut? Es werden ja wohl nicht die Funkanlagen der Schweden sein. Ich glaube, die hätten es ja ein bisschen besser getarnt. Da sehe ich jetzt keine Hunde oder irgendwelche Bewegungen. Kann aber sein, dass es Rauch. Also die Straße scheint soweit frei zu sein. Aber hier gehe ich davon aus, da ist der Flug, den Hund. Okay. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Das sind... Ja, das ist neu. Wir sind hier lang. Und das ist das Neue. Okay. Wir haben uns demnächst noch antun. Das sind auf alle Fälle, sieht das aus... Ja, der ist kein Militärischer, das ist ein Orangener, wie es aussieht. Hat doch über der Öchse hier kein Blech hier vorne als Schutz. Weil es ist ein Schutz von vorn. Ja, so sieht es aus. Und hier vorne hat man doch unseren... Oh, der ist gerade hier an der Brücke. Das ist natürlich übel. Die werden wir doch wohl nicht etwa jetzt hier... Ist er das? Und jetzt schauen wir hin. Da hin. Ne, das ist ein Auto. Der ist weiter vorne. Ich weiß es jetzt nicht genau. Ob man den überhaupt sehen. Von daher würde ich sagen, wir gehen erstmal ein Stück weiter vor noch. Oder wäre es besser, unter der Brücke lang zu machen? Hm, er kommt zurück, oder? Wie bewegt er sich? Schwierig zu sagen. Wir lassen es mal. So. Da müsste er sein in der Richtung. Nein, ich gehe zurück. Da müsste er sein in der Richtung. Wenn wir hier das aufmachen. Das ist zu weit. Ah, der ist da rüber. Okay. Okay, er entfernt sich. Vielleicht kann man mit einer... Wow, jetzt kommt der Mond hier raus. Also die Wolken sind sehr schön gemacht. Schaut mal. Wahnsinn, oder? Himmel und Wolken. Also der Himmel ist okay, sage ich mal. Also was heißt okay? Mittlerweile Standort, würde ich mal sagen. Aber die Wolken sind absolut genial gemacht. Krass. So, ich muss jetzt nochmal schauen, wie nah wir ran sind. Sehr nah, okay. Der entfernt sich ziemlich schnell. Lass mal gucken, was hier ist. Nichts. Wo ist denn da hingewackelt? So, jetzt muss ich mal kurz... Das ist das hier. Das ist die Funkanlage. Und der ist ungefähr dort. Okay. Bewegt sich von uns weg. So, ich hoffe, dass hier wirklich keiner ist. Ansonsten wird so kurz das verknüten. Nee, da ist nichts. Okay. 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 Nein, mal wieder. Sehr gut. Da ist nichts. Da ist noch nichts. Oh. Oh, oh. Ja. So. Mal ganz schnell auf die Karte geschaut. Der ist gar nicht sichtbar. Das ist sehr gut. Das sind die Hunter nämlich alle nicht. Der Tyrann von Überholmen. Stufe 1. Nee, da will ich doch nicht hin. Ich will da hin. Nein! Kommt er her? Oh, nee. So. Erstmal taktischen Rückzug. Was sehe ich denn hier? Der ist nicht mehr dort, wo er war. Schön. Wir haben ihn gepullt. Klasse. Genau das, was ich nicht wollte. Genau das, was ich nicht wollte. Nee, der ist noch. Der ist noch weg. Jetzt muss ich bloß mal gucken, ob der andere nie wiederkommt. Der entfernt sich immer mehr. Okay. So, da haben wir nämlich einen Rücken frei. Und wir können uns dem hier widmen. Das sind trotzdem eigenartige Geschöpfe, ne? Was er hier genau auf dem Rücken hat, weiß ich nicht. Könnte eine Funk sein. Nee, das ist was anderes. Ist das der Gaswerfer und das ist das normale MG hier, das ist ein Messer? Links oder rechts hat das ein Messer und links das MG und was ist das hier oben? Irgendeine Wurfeinrichtung für Granaten, würde ich sagen. Das war ja wieder knapp. Aber ich würde mal sagen, jede programmierbare Maschine, die... Sag ich mal, so ausgelegt ist, den Menschen zu vernichten, würde eigentlich auch, sobald sie etwas wahrnimmt, dem auch hundertprozentig nachgehen. Qualmt das zu sehr? Schönes Ding. Ja. Jetzt müssen wir uns kurz überlegen. Lohnt sich das hier drauf zu gehen? Was ist denn das? Das ist ein großer Tank, oder? Wie kommt denn der ins Wasser? Krass. Okay, haben wir geräumt. Soll uns nicht weiter stören. Ich schau mal, wo der bleibt. Der ist dort. Okay, ich würde sagen, wir bewegen uns jetzt hier an der Küstenlinie weiter. Ist zwar glaube ich nicht so das Ideale, was wir gerade tun. Aber wir werden sehen, ob es passt. Ich weiß nicht genau, wo der rumrennt. Aber wir werden es hier vorne bis zur Spitzkehre, werden wir es auf alle Welle machen. Ich habe hier kein Haus, wo ich mich verstecken kann, wenn der anfängt. Wow, normalerweise müsste ich den hier runter pullen. Da habe ich mir ja einen gemacht. Das war nie gut. Der hat uns entdeckt. Wow. Immer die falsche Taste. Ah, wir sind schon hier. Okay. Der geht jetzt langsam wieder hier zurück, würde ich sagen. Das heißt, wir werden mal hier oben schauen. Ganz dezent. Komm auf die Karte schalten. Der sieht uns nicht. Das ist in Ordnung. Wir werden jetzt hier rüber machen. Das lassen wir uns dann für den Rückweg. Denn hier habe ich jetzt nichts gesehen groß. Und wir werden es jetzt hier in diese Stadt begeben. Und das ist das, was es ist. So, ich schaue nochmal, ob wir richtig laufen. Jawohl. Triggern wir hier irgendwas? Ne. Sieht nichts aus. Was ist das? Ne, ist bloß Wasser oder Metall, also Stein, was glänzt. Damit können wir, glaube ich, leben. So, nix. Okay. Also der ist ziemlich clever, ne. Das darf man nicht unterschätzen, den hier. Ähm, allgemein sind die, die so speziell sind, ziemlich clever. So, ich brauche das für die, für die Entfernerin. Achso, es war ein Blatt. Okay. Ja. So sieht's aus. Oh. Was hat er uns hier gepult? Wartet das schon? Wow. Echt? Hat er uns wirklich hier gepult auf die Entfernung? Nein. War das so ein gutes Gehör? Wow. Da bin ich ja gerade. Stark begeistert. Da ist er. Okay. 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 also ich würde sagen hier hat ein Feuerkampf stattgefunden und den hat man wohl niedergeschlagen aber nicht so ja wenn die irgendwann mal das feature kriegen dass sie auch nicht detektieren dann wird es echt bunt und ich habe natürlich meine ganzen gas ne ich habe eine hab ich da ja die ist auf der 7 so hier gibt es leider nichts zu holen so wie es aussieht wir gehen mal ins haus rein so ich guck erstmal hier ich komme hier nicht in die hocke komme ich aber auch nicht drüber ja das läuft vielleicht ist es nicht so wichtig der container dann lassen wir es halt so anhören nehmen die tasche lampe so ich muss es mal schauen ne halt ich muss es mal hier schauen was ist denn das nennen nebenmission gemeinsam stark jetzt sind zwei hier wo kommt der zweite her der ist runter gezogen sehr gut ist immer gut zwei zu haben statt einen ich liebe es ja sehr gut das läuft dann machen wir das kleines so was geht mal ab das geht mal ab so was haben wir noch äh das geht rüber das geht rüber haben wir überhaupt noch so viel platz was ist denn das sanitäter pack das ist ja okay ich nehme die mal rüber dafür kommt die rüber und die kommt rüber die kommt rüber die kommt rüber die kommt rüber so na komm mach ihn auf einen platz zuweisen nehmen wir den so jetzt würde ich gern was denn jetzt geht die posten munition ich denke die geht nicht verstehe ich nicht ganz okay machen wir anders vogeldunst geht rüber und die geht auch rüber posten munition geht rüber vollmantel geht rüber brauche ich nicht okay wo ich spitz okay teilwandel können wir noch was rüber tun so mehr ist leider nicht möglich haben wir denn hier eine werkbank nö na gut ich sehe jetzt mal waffen aber ist das okay pistolen ist okay munition sonstiges gut tü 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 okay dann suchen wir hier mal weiter durch ob wir hier noch was finden auf alle fälle können wir uns hier dann wieder ein fahrrad machen das ist ja schon mal was auch wenn das war hier oben noch was nö auch wenn das vielleicht nicht so für uns interessant ist ich tue mal hier die tür öffnen so hier ist die fahrradstation ähm okay im haus waren wir drin jetzt muss ich mal gucken wo die zeitgenossen hier sind das ist der der teuerrand von überholmen ich muss mich erstmal ausrüsten ich brauche auf der 1 auf der 1 brauche ich das und auf der 2 nehme ich das so die hat vollmantel 39 granaten aber davon holspitzhammer okay hatte ich einen anderen feuermodi ne hat sie nicht gut dann werden wir das mit der jetzt beginnen und ich hoffe wir überleben das so aber wie das weiter geht sehen wir in der nächsten folge ich bedanke mich fürs zuschauen wünsche euch alles gute und auf bald machts gut ciao